Wie gesagt, es läuft ja nicht so gut für Robert, ne? Gerade. Ist ein bisschen blöd auch mit Maischberger, mit dieser Insolvenz-Sache, weißt du, die Memes, die regnen schon auf ihn ein wie ein Bombenhagel aus Lachsmilies. Er hat halt auch das falsche Ministerium jetzt inne. Also ich hätte niemals gewettet, dass ein Habeck sich schneller unbeliebt macht als eine Baerbock. Aber Baerbock ist jetzt halt die Ukraine-Flagge-Ministerin und er ist der, der die negativen Konsequenzen eigentlich davon tragen kann und dann den Leuten beibringen kann, dass sie nicht mehr duschen sollen, sich mit dem Lappen waschen sollen und so weiter und so fort und dass sie im Winter nichts mehr zu fressen haben und dass sie trotzdem die Fresse halten sollen. Und ich glaube, es ist eher seine Position als wirklich eher im Speziellen. Also seine Position unter dieser Regierung, von der er natürlich ein Teil ist, aber ich glaube, da hätte man jeden von diesen A*****ern hinsetzen können und die hätten genau dasselbe gemacht. Der hat im Endeffekt einfach die Arschkarte gezogen. Du musst halt so ein gewisser, so ein Ökosozialist musst du schon sein, um das glaubwürdig auch transportieren zu können, das Amt. Und ich meine, klar, welche Rolle hat Habeck gespielt bei der Überweisung von 156.420 Euro, glaube ich, irgendwie so die Richtung war das, an das Elinor-Konto, wovon wiederum die letzte Generation profitiert. Also was hat er damit zu tun? Es war sein Ministerium, was gleichzeitig in der heutigen Zeit auch das Klimaministerium ist, wo man sich fragen müsste, sind Wirtschaft und Klima, sollten das nicht zwei einzelne Institutionen sein? In zwei verschiedenen Gebäuden sollten das nicht zwei Institutionen sein, die in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen, dass die Entscheidungen immer miteinander abgewogen werden. Es kommuniziert für mich irgendwie ein komisches Bild, wenn das ein Gebäude ist, wenn das alles ein Bums ist, dann habe ich das Gefühl, die Wirtschaft wird auf Klima ausgerichtet. Und das ist das, was diese Leute wollen. Es ist nun mal so. Jedenfalls wird dann dementsprechend versucht, irgendwie der Ruf hier irgendwie zu retten. Und ja, wer, 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 wer kann das machen? Wer kann den Ruf von Robert Habeck noch in Social Media retten, meine lieben Freunde? Was glaubt ihr? Wer schreitet hier ein? Wer ist der Big Avenger auf Robert Habeck? Wer ist der Mann, der hier, oder die Frau, oder der Enz, der einschreitet, um Habeck hier jetzt dementsprechend öffentlich gesehen den Allerwertesten zu retten? Korrektiv, Pöbel Ralle, Karl Lauterbach, Tessa, Karlchen, nee Leute, ihr seid daneben. Dofler 12, Lehmann, hast du nachgeschaut, ne? Sven Lehmann, Robert Habeck ist der beste Wirtschafts- und Energieminister, den Deutschland in Zeiten des Krieges haben kann. Das zeigen die Fakten. Er macht uns in beeindruckendem Tempo unabhängig von russischem Gas. Wir haben Gasverträge mit Russland, die gehen für Jahre, die gehen bis 2030. Das betrifft 95 Prozent von dem, was wir im Jahr abnehmen. Das heißt, quasi das gesamte Gas, das wir 2021 abgenommen haben, das werden wir jedes Jahr bis 2030 abnehmen, ob wir wollen oder nicht. Es kann halt nur sein, dass die Russen uns den Gashand zudrehen. Öl kommt jetzt mittlerweile nicht nur aus Indien, gekauft von Russland, teurer, sondern auch aus China, ebenfalls gekauft von Russland. Ja, wie gesagt, also diese... Das ist alles eine Show. Das ist alles eine Show. Wir werden null unabhängig. Wir nehmen genauso viel von deren Energie. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die jetzt... Also A, natürlich, dass alles teurer ist und dass die Versorgungsstabilität durch diese Umwege enorm gefährdet ist und B, dass es sein könnte, dass sie halt ihn komplett zudrehen. Dass sie uns noch mehr in der Hand haben als jemals zuvor, weil es jetzt halt sein kann, dass sie das machen. Das ist passiert. Ja, ja, Gazprom verzeichnet jetzt schon im ersten halben Jahr höhere Gesamtgewinne, übrigens all-time high, was diese Firma angeht, höhere Gewinne als im gesamten Jahr 2021. Und 21. Sie haben jetzt schon mehr als doppelt so viel verdient. Ich glaube, es waren vorher irgendwie... Da hat jemand 43 Milliarden geschrieben. Es ist auf jeden Fall ein Rekordhoch. Diese Sanktionen von uns scheinen das nicht in den Ruin zu treiben. Ganz im Gegenteil. Sie verzeichnen Rekordgewinne. Wir müssen das mit den Sanktionen einfach lassen. Wir müssen den Krieg beenden und das geht nicht durch Waffenlieferungen. Das geht nicht durch weiterem Herbeiführen von Eskalation. Das geht nicht dadurch, dass die eigene Bevölkerung im Dunkeln sitzt, kalt duscht, in die Dusche pinkelt oder die Kotstulle durch den Abfluss durchtritt. Es geht nicht, indem wir unser Wasser mit Kerzenschein oder Teelichtern kochen. Es geht, indem wir mit Diplomatie diesen Konflikt endlich beenden. Es führt nur in den eigenen Ruin für das Current Thing. Es ist alles für das Current Thing. Hauptsache, wir handeln nicht mit diesem Kriegsverbrecher, sondern wir fangen jetzt an, einfach mit einem anderen Kriegsverbrecher zu handeln. Amit. Einem, der es sich nicht vorher liefert. Es ist fast so, als wäre das alles ein Selbstzweck. Und der Punkt ist, dass wir die Bugs eaten. Der Punkt ist, dass wir im Dunkeln sitzen, dass wir uns an wesentlich schlechtere Lebensumstände gewöhnen, als wir sie vorher hatten. Es ist fast so, als wäre das der eigentliche Grund, ohne Verschwörungsmittelbezählungen zu verbreiten. Aber es geht doch alles immer in diese Richtung. Seht ihr das? Guckt ihr die Klimaschaffe an? Guckt ihr Corona an, was passiert ist? Die Wirtschaft kurz und klein geschlagen? Guckt ihr an, wie jetzt uns offen gesagt wird? Stell dir vor, vor diesem Konflikt hätte irgendjemand uns gesagt, ja, jetzt wasch dich mit einem Waschlappen und dusch nicht mehr. Das wäre undenkbar. Aber jetzt kann man den Leuten jede Dreistigkeit sagen. Ja, es ist, also ein Verschwörungstheoretiker würde sagen, und genau das soll genauso laufen. Sie wissen, dass die Sanktionen nicht schaden. Sie kommunizieren es nach außen, um den Rückhalt in der Bevölkerung dementsprechend beizubehalten. Und die Bevölkerung liebt es, sich selbst ein bisschen zu kasteien, mit der Hoffnung, irgendwas Gutes zu tun. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, sehr gut antrainiert bekommen. So auch dann in dieser Sache. Und im Endeffekt ist, das ist das Herbeiführen einer Schrumpfwirtschaft. Das ist das Zerstören des Mittelstandes. Das ist das Herstellen von immer mehr Abhängigkeit gegenüber der Institution, die irgendwann für das Geld zuständig ist. Wenn du dann gleichzeitig noch, wir hatten es, glaube ich, auch in der Ketzerkirche vor zwölf Folgen. Es ist schon länger her, dass 2023 schon bereits der erste Prototyp oder sowas war, dass vom digitalen Euro endlich auf den Markt kommen soll. Und das wird auch verbunden sein damit, dass du, wenn du mit dem Digitalgeld bezahlst, in gewissen Fällen auf jeden Fall Rabatte bekommst. Sie werden es attraktiv machen. Sie werden es unattraktiv machen, mit Bargeld zu zahlen. Und langfristig geht der Trend dahin, dass Bargeld keine Sache mehr sein wird. Und wenn es zentrales Bankgeld, zentrales Digitalgeld gibt, dann haben sie auch Tür und Tor geöffnet für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zum Beispiel, wenn der Mittelstand nichts mehr erwirtschaften kann, wenn er zerstört wurde durch die Krisen, jetzt durch die Sanktionspolitik. Und sie haben hundertprozentige Kontrolle auch politisch über die Leute. Die können kontrollieren, dass irgendwer aus einer Tür eingetreten werden muss, ohne dass hässliche Bilder da sind. Weil das ist die eine Sache, die unsere Regierung und generell diese Kulturmarxisten immer vermeiden wollen. Hässliche Bilder, sie kennen die Macht von Bildern. Aber ein abgedrehtes Konto, ohne dass man in Ermangelung von Bargeld nichts mehr kaufen kann, nichts mehr essen kann, das sind keine hässlichen Bilder. Das ist nur ein Knopfdruck. Und das wollen sie. Sie wollen, dass sie deinen Geldhahn zudrehen können, wenn du in den sozialen Medien irgendetwas postest gegen ihre politische Agenda. Du hast ja zu einem gewissen Grad dann auch eine gewisse Kontrolle. Wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen könntest, könntest du für gewisse Produkte Rabatte ausgeben. Du könntest den Leuten zu einem gewissen Grad auch vorschreiben, wie viel sie für irgendetwas ausgeben können. Du kannst die Leute komplett steuern. Es ist so eine Art kapitalistische Gelddiktatur, die du etablieren könntest. Jetzt hier ganz böse herbeigeschwurbelt, meine lieben Freunde. Aber wenn du so etwas machen wolltest, würdest du genau mit so einer Politik schon mal die Grundlagen dafür schaffen, für eine Schrumpfwirtschaft, aus der dann so etwas dann dementsprechend auch irgendwann kommen und folgen könnte. Und dann ist es vorbei mit der Demokratie. Und ideologische Vordenker machen in gewissen Büchern keinen Hehl daraus, dass sie nationale Souveränität auflösen möchten, dass Kontrolle supranational gesteuert werden soll. Das ist dann das Ende der Demokratie und das Einschränken unserer privaten Freiheiten. Aber für das große Ganze und Gute und das ist der Klimaschutz und noch andere Aspekte wie die Globalisierung natürlich. Soviel also zum Great Reset und zu der Theorie. Ernst Wolf, den Vortrag kenne ich schon, ist ein super Vortrag, wurde hier gerade vorgeschlagen. Kann ich auch sehr empfehlen. Ein Vortrag von Ernst Wolf über den Great Reset. Er sagt auch am Ende, all das, was jetzt hier dementsprechend auch von mir geäußert wurde, man kann das nicht abschließend belegen. Ich kann nur sagen, dass hier gerade Grundlagen geschafft werden, auf denen aufbauend so etwas möglich wäre. Und der Fortschritt macht davor keinen Halt. Wie gesagt, 2023 soll der digitale Euro kommen. Ich glaube, in der FAZ habe ich das gelesen, in der Sektion Wirtschaft. Könnt ihr bestimmt noch finden. Und es macht einem schon Angst. Es macht einem schon Angst. Soviel also zu der kleinen Lehmann-Exkursion. Er hat natürlich auch nicht recht. Also das ist nicht Habeck zu Lasten zu legen. Also ich wollte das nur nochmal sagen. Also natürlich ist der Gasverbrauch niedrig. Wenn jeder dritte Betrieb vor der Insolvenz steht und viele sich schon angemeldet haben, dann wird auch weniger Gasverbrauch. Das ist klar. Dann ist auch der Speicher voller. Der Speicher ist voller. So und so viele Konzerne haben dicht gemacht. Und der Winter ist noch gar nicht da. Wir haben September, Alter. Ja, ganz genau. Das wird richtig, richtig lustig, diesen Winter. Ja, ja, hier. Der Wirtschaftsprofessor Jan Schnellenbach, Cottbus, nimmt Lehmanns Lob die Luft raus. Für den gesunkenen Gasimport aus Russland kann Robert Habeck wenig. Das ist die Folge der außenpolitischen Entwicklung. Auch der Speicherfüllstand und der rückläufige Gasverbrauch seien das Ergebnis der erheblichen Sparbemühungen von Haushalten und Unternehmen angesichts der Preisexplosion. Das ist also nicht Habecks Werk. Klar, das Gas wird eingespart, weil die Leute sich mit dem Waschlappen waschen. Ja, ja, so sieht's aus. Nicht, weil reihenweise große deutsche Unternehmen pleite gehen. Ja, das ist nämlich auch, glaube ich, hier der Elefant im Raum. Das ist der Elefant im Raum. Also ein kläglicher Versuch, hier den Namen Habeck wieder reinzuwaschen. Aber schön, dass Herr Lehmann sich auch für jemanden einsetzt, der hetero und weiß ist. Das ist gut. Und abgesehen davon, also Opposition, nennt man sie hier, CDU, immer noch Schein-Opposition. Solange sie nicht koaliert mit der AfD, ist es nicht glaubwürdig, gegen die Zustände jetzt zu opponieren, die man selbst herbeigeführt hat in der Merkel-Zeit. Also der Bob Kuckt, echt? Der Bob Kuckt hat gesagt, sie haben quasi den Winter mit dem Sommer verglichen. Ist das so? Wo jetzt? Also, dass quasi Januar mit Juli oder so verglichen wurde. Hier steht Januar 2022 bis gestern. Siebter, Neunter. Also natürlich ist im Winter, nach vielen kalten Monaten, mehr Gas weg. Das ist ja klar. Ja, das macht, ja, es ergibt Sinn. Hier die Opposition. Jeder dritte Betrieb befürchtet eine Pleite wegen der Energiepreise und Robert Habeck lässt sich in der größten Energie- und Preiskrise unseres Landes mit absurden Statistiken von seinen Parteifreunden abfeiern. Konnemann, hier CDU, 58 Jahre alt, die größte Volkswirtschafts Europas, wird gerade gegen die Wand gefahren. Das ist das, was hier die Opposition sagt. Wie gesagt, immer noch nicht ernst zu nehmen für mich. Das ist halt Social Media. Das ist halt Social Media.